Das sind alles Möglichkeiten, wie du dich schützen kannst vorm Casino-Geld, weil, ja, dass es zur Entwertung kommt, das ist schon relativ wahrscheinlich. Wir haben jetzt ein krasses Potenzial. Hallo meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Wird ein Finanzcrash kommen? Wirst du all dein Geld verlieren? Wird nichts mehr irgendwie wert haben? Und kannst du vielleicht Millionär werden mit Kryptowährungen? Wir sprechen drüber nach dem Intro. Also meine Freunde, ein sehr interessantes Thema heute. Wie können wir uns schützen? Wie können wir unser Geld schützen? Wird es zum absoluten Crash kommen? Was ist in Amerika los? Kann ich mit Kryptowährungen Geld verdienen? Wie kann man investieren? Sehr wichtige Themen und ihr wisst ja, es geht immer um das Rad des Lebens. Also es bringt nichts, wenn du eine Million im Monat verdienst, aber die Diagnose bekommst Krebs und in zwei Tagen stirbst, dann bringt dir das gar nichts. Wenn du auf der anderen Seite aber tolle Beziehungen hast und gesund bist, aber du hast so einen Stress jeden Tag und du bist so pleite, dass du nicht mal Gemüse kaufen kannst, dann ist es auch nicht gut. Das heißt, das Ziel ist immer das Rad des Lebens und deswegen im letzten Video haben viele darunter geschrieben, okay, die finanzielle Situation gerade ist echt krass, deswegen macht bitte da ein Video und sehr, sehr wichtig, schreibt unbedingt immer unten rein, welche Themenbereiche euch am meisten interessieren und dann mache ich da Videos zu. Was passiert? Warum kann es zum Crash kommen? Wie kann man investieren? Wie kann man sich schützen? Wie kann man sein Geld schützen? Denn wir haben ja nicht nur eine Inflationsrate von, wie die FED sagt, 2%, sondern wir haben eine Realinflation, was die Güter angeht, von 5 bis 10%. Das heißt, wir merken ja, dass seit vielen, vielen Jahren unser Geld immer weniger wert wird. Wenn du vor, keine Ahnung, 50 Jahren eine Million hattest, dann konntest du ganze Häuserblöcke kaufen und jetzt hat sich das natürlich ein bisschen geändert und wir haben immer weniger Geld, merken wir. So, und wie kann man sich jetzt schützen und was passiert überhaupt? Die FED in den USA hat in den letzten Monaten so viel Geld gedruckt, wie noch nie vorher in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und sie drucken nicht mal, das ist einfach nur auf den Knopf drücken. Es entsteht einfach. Und Ford hat zum Beispiel gesagt, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir morgen früh eine Revolution, weil es so krass ist. Es entsteht einfach. Die drücken einfach auf den Knopf und es sind Trilliarden da. Was heißt das natürlich für den Dollarwert oder für die Stärke des Dollars? Dass der natürlich sinkt, weil wenn ich eine Mona Lisa habe, dann denkt man, boah krass, eine Mona Lisa, die ist so und so viel wert. Aber wenn ich diese gleiche Mona Lisa jetzt eine Million mal gemalt hätte, dann wäre die nicht mehr so viel wert. So, Sachen, die limitiert sind, sind sehr wertvoll, wie zum Beispiel Gold. Da weiß man, okay, man kann zwar irgendwo noch in der Erde was finden, aber das ist seit, keine Ahnung wie viel, tausend Jahren ein Zahlungsmittel. Und das ist ein bisschen limitiert. Und dadurch, dass so viel Geld gedruckt wird und Geld in die Aktienmärkte kommt, was überhaupt nicht den Realmarkt widerspiegelt, haben wir die Situation, dass zum ersten Mal seit der Menschheitgeschichte der Aktienmarkt sich komplett getrennt hat von dem Realmarkt. Die Firmen gehen pleite, melden Kurzarbeit an und alles, aber der Aktienmarkt explodiert. Das kann natürlich, wenn es so weitergeht, wenn es so weitergeht, absolut zum Crash führen. Und dass der Markt dann einfach 50, 60, 80 Prozent an Wert verliert. So, und wie kann ich mich davor schützen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich schützen kann. Man könnte zum Beispiel in Rohstoffe investieren, wie zum Beispiel Gold. Man könnte in Immobilien investieren, weil Mieten muss man trotzdem immer noch bezahlen. Man kann breit investieren in ETFs, man kann in Emerging Markets investieren, also zum Beispiel China. China hat eine sehr krasse Wirtschaft, da ist noch richtig, richtig viel Potenzial. Und viele Experten sagen, dass China wohl irgendwann die Weltmacht werden wird und USA ablöst. Das sehe ich nicht unbedingt anders. Also China ist wirklich im Kommen und China hat halt über eine Milliarde Menschen. So in den USA sind 300, 350 Millionen. Und China hat ja vom Umsatz schon so aufgeholt, dass sie, denke ich, bald in den nächsten Jahren USA auf jeden Fall überholen werden. Das heißt, man könnte in China investieren, man könnte in Rohstoffe investieren, man könnte in Gold, Silber, aber auch zum Beispiel in Kryptowährung. Es geht ums Rad des Lebens. Wir wollen in allen Bereichen, ja, uns weiterentwickeln. So und gerade die Finanzen helfen uns in dieser heutigen Zeit so doll, weil wenn wir finanziell freier sein können, dann können wir selbst mehr über unser Leben entscheiden und zum Beispiel sagen, alles klar, ich bin finanziell frei, ich wandere jetzt einfach aus oder mach wer weiß was. So und dieses Potenzial möchte ich euch heute erstmal so übergeordnet zeigen und ich möchte euch zeigen, dass jeder von euch, also auch du kannst und ich weiß, da gibt es Stimmen draußen, nein, das kann man nicht und kann man nicht, doch kann man, dass du finanziell unabhängig werden kannst. Und ich zeige dir jetzt ein paar Beispiele, wenn du zum Beispiel 1997 1.000 Euro gespart in die Apple-Aktie und 1.000 Euro in die Amazon-Aktie gesteckt hättest, ein bisschen gestreut in zwei Aktien, dann hättest du jetzt 2 Millionen auf dem Konto. Ist das krass? Jetzt denken ganz viele, ja, aber der Zug ist ja erstens abgefahren und außerdem hätte man das ja nicht wissen können. Doch damals, Amazon, Apple, da hätte man das wissen können. Sehr starkes Potenzial. Heutzutage gibt es Firmen, die haben noch stärkeres Potenzial als damals Amazon und Apple. Weil Amazon und Apple, okay, Telefon, alles klar, Amazon, paar Bücher verkaufen und so, dann ein bisschen mehr, alle anderen Artikel noch verkaufen, okay, das ist interessant, aber was heutzutage passiert, erneuerbare Energie, wie wir Autofahren werden, autonomes Fahren, wie wir Internet benutzen, da ist richtig Potenzial drin. Und wenn ich dann an Blockchain zum Beispiel denke, da ist richtig Potenzial drin, weil die Welt, die ganze Welt schreit nach Dezentralisierung. Das heißt, dass nicht ein paar Leute in Silicon Valley einfach entscheiden können, äh, was, wie heißt die App jetzt, Parler, wollen wir nicht mehr haben, Amazon sagt einfach hier, weg vom Server, verzieh dich. So, oder egal, wer irgendwas sagt, jeder wird da draußen zensiert. Selbst der Präsident der Vereinigten Staaten wird von denen zensiert. Und die Welt schreit nach dezentralisierten Systemen, wo man auf einer Blockchain-Technologie was aufbauen kann, wie Facebook, wie YouTube, aber was dezentral ist und was nicht zensiert werden kann von 10 oder 5 der reichsten Menschen. Und die ganze Welt schreit danach. Und das, wie wir uns bewegen werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren, ist viel, viel krasser und da ist viel mehr Potenzial als damals bei Amazon und bei Apple. So, und das wird alles kommen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Investitionen. Und wenn du 2012, und ja, der Zug ist komplett abgefahren, aber ich möchte nur, dass du weißt, krass, wenn ich clever investiere, dann kann ich teilhaben. Ich kann viel, anstatt, dass ich mir, keine Ahnung, das hundertste Paar Schuhe kaufe, kann ich lieber wo rein investieren, was sich vermehrt, verfünffacht, verzehnfacht oder noch mehr. Wenn du 2012 2.000 Dollar in Bitcoin gesteckt hättest, hättest du jetzt 80 Millionen auf dem Konto. 80 Millionen. Ja, der Zug ist abgefahren von Apple, von Amazon und von Bitcoin. Der Zug ist abgefahren, dass du damit Millionen machen kannst, aber der Zug ist nicht abgefahren, dass du dein Wissen erweiterst, dass du in Zukunft besser investieren kannst. Und da sind ja noch andere Beispiele. 100 Euro in die Monster-Aktie gesteckt vor 20 Jahren wären jetzt 62.000 Euro. 1.000 Euro in Netflix gesteckt vor 10 Jahren wären jetzt 49.000 Euro. Das heißt, du siehst, man kann, wenn man sich das Wissen aneignet, wenn man sich dafür interessiert, wenn man mehr Geld spart, als man raushaut in jedem Monat, dann kann man finanziell sehr gut dastehen. Und jetzt im Vergleich, du musst mal verstehen, in der normalen Finanzwelt, Warren Buffett ist einer der besten Investoren aller Zeiten. Der hat als Return on Investment 20% für seine Kunden erwirtschaftet. Also du hast 1.000 Euro hingegeben, hat er dir nach einem Jahr 1.200 Euro gemacht. Also 20% Gewinn ist schon extrem gut. Also er schlägt den Markt und die wenigsten schlagen den Markt. Und ich möchte jetzt nur noch mal kurz dir aufzeigen, wenn du in die 10 größten Kryptowährungen im letzten Jahr dein Geld gesteckt hättest, verteilt. Okay, ich würde zwar immer auf die stärksten, wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum würde ich am meisten natürlich setzen. Aber sagen wir mal ganz platt, wir hätten einfach in alle gleich investiert, in die 10 größten Kryptowährungen. Dann hättest du 299% von deinem Geld jetzt gemacht. Also wenn du da 1.000 Euro reingesteckt hättest, hättest du jetzt 3.000 Euro auf dem Konto. Das ist echt krass. Und das Krasse an Bitcoin oder allgemein an Blockchain, an der Technologie ist, dass das erst am Anfang ist. Es ist erst der Anfang. Das ist das Krasse. Auch wenn Bitcoin schon jetzt gerade aktuell bei 33.000 Euro ist und so. Wir haben jetzt die ganzen Investoren, die ganzen Hedgefonds, die reinkommen. Wir haben Paypal bietet Kryptowährungen jetzt an, wir haben JP Morgan, wir haben BlackRock, wir haben sogar, haltet euch fest, Rockefeller, der in Krypto investiert. Und ich kann mal sagen, wenn Rockefeller, Paypal, Banken in dieses dezentralisierte System, Blockchain investieren, wie zum Beispiel Ethereum. Ethereum ist die Plattform, worauf man diese ganzen, nicht Apps, sondern DApps, also dezentralisierte Apps aufbauen kann. Wenn die da rein investieren, dann habe ich gar keinen Zweifel mehr, dass irgendwas verboten wird. Also ich habe auch lange mich um den ganzen Markt gekümmert, aber ich habe nie investiert, weil ich gesagt habe, solange die Großen noch nicht drin sind, dann können die einfach sagen, ist alles jetzt verboten, alles komplett verboten. Aber jetzt, wo Banken reingehen, wo Rockefeller reingeht, wo JP Morgan, wo die ganzen Großen reingehen, habe ich gar keine Angst mehr. Das ist wirklich das System, was kommen wird, neben autonomem Autofahren, neben erneuerbarer Energie, neben diesen ganzen Sachen. Wir haben jetzt ein krasses Potenzial, uns zu informieren und in den nächsten Jahren besser dazustehen, als wenn wir nichts wussten. Das war jetzt erstmal nur ein Überblick, damit du erstmal weißt, okay, wie kann ich mich schützen vor diesem Casino-Geld, vor der FED, die druckt ohne Ende, als wenn es keinen Morgen gibt. Wie kann ich mich davor schützen mit zum Beispiel Rohstoffen, mit Kryptowährungen, mit Gold, Silber, breit angelegten ETFs vielleicht, nicht in eine Firma. Ich kriege immer die Frage, das heißt, würdest du in die eine Firma investieren? Breit gestreut, die Diversifikation, am besten ohne Korrelation, also zum Beispiel noch besser in Immobilien, im Aktienmarkt, Rohstoffe, Blockchain. Das sind alles verschiedene Bereiche, Emerging Markets, China, so ein breiter ETF in China vielleicht. Das sind alles Möglichkeiten, wie du dich schützen kannst vom Casino-Geld, weil, ja, dass es zur Entwertung kommt, das ist schon relativ wahrscheinlich. Rickards hat ein gutes Buch geschrieben, die nächste große Depression, also die nächste große Crash, Ende 2021, kann ich vielleicht auch nochmal ein Video drüber machen. Also, schreib mir auf jeden Fall rein, welche Themen aus dem Rat dich am meisten interessieren, ob es Gesundheit ist, gerade finanzielle Lage, finanziell frei werden oder Gesundheit, Stressmanagement, Beziehung, emotionale Unabhängigkeit. Schreib unten rein, da mache ich Videos auf jeden Fall dazu, werden viele Videos kommen und drück auf jeden Fall die Glocke und abonniere den Kanal, damit du immer auf dem Laufenden gehalten wirst. Und, was ist natürlich noch ganz wichtig, weil das ist das, was ich im Matrix-Prinzip erkläre, das Rad des Lebens, diese verschiedenen Positionen. Deswegen guck unbedingt die Free-Tour im Matrix-Prinzip an, kostenlose Videos, vier Videos, da erkläre ich, wie man aus dem Hamsterrad rauskommt. Okay, und wie man sich entwickelt in diesem ganzen Rad des Lebens. Okay, das war's für heute erstmal. Recherchieren natürlich gerne weiter zu Krypto, zu allen Sachen, die ich gesagt habe. Es war heute ein kurzer Überblick, aber wir gehen auch noch tiefer in dieses Thema rein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da alles passiert. Und das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Cecil.